jo leute was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen video von mir ihr seht im anschluss ein titan gameplay das so habe ich die titan gespielt mit schnell ziehen schaft und doppel vollmantelgeschoss steam injektion weste und gewandtheit also ich habe die titan nach langer zeit wieder mal ausgepackt ich wollte so wissen wie sie jetzt gepatcht worden ist wie schlecht jetzt eigentlich ist grundsätzlich finde ich die waffe noch immer spielbar und ja wenn man mit der aber eben dann ist noch immer absolut krank vom schaden her wurde noch nie was gemacht schreibt auf jeden fall eure meinung zu dieser waffe in die kommentare und ich glaube es ist alles gesagt und ich würde sagen jetzt mit dem video ist er noch immer da oder ist der tod alles nur immer da ich kenne halt die sponsor nicht auswendig auf der map hat die map kenne ich schon aber ich habe ja wegläuft die ganze zeit drohne wäre schon mal wichtig ich habe drohne ja das sind richtige hohenzöne richtige muss schießt aller ich muss mal nachladen da kann man nichts machen gegen der oge einfach nichts machen alter was für ein longshot muss mich schon wieder kratzen ja er kommt nicht ganz nach oben er traut sich nicht hey ich sie erraten oh hast du bei der in hinten habe ich ich kann keine drohne raus also ja ja ich will hey nein er ist oben ich ich kenne die map halt nicht ja wir dürfen auf keinen fall reaper gleichzeitig einsetzen ja wenn wir den gleichzeitig immer haben wahrscheinlich ja faktisch sind da oben im headlidge da ist unten drin einer in der röhre dann habe ich oben ich brauche bald mal noch muni oh oh was nein oh von hoch verpisst dich ich brauche muni bald hat wer munition ist er nicht tot oder nein oh wie weit weg sind denn hier bitte die spawns nein nein teammate oh mein god baru hast du überlebt ja nein ich hab gedacht ich kickeFunnels หน機 moin max nein der auger typ schießt drauf nein ja ich hab schon man wer hat keiner drohne man lasst mir bitte ein paar kills machen bitte macht keine kills mehr bitte dann kann ich nur klar noch schaffen macht keine kiss mehr bitte wenn es geht das ist ja das ist keine kiss mehr machen ich muss ich muss ja 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 ich hab's perfekt danke ja ich hab's perfekt danke ja der der sniper ja das ist perfekt wenn man dann so ab 25er und die kills dann einfach schnell lassen das ist dann geil ja 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 ja